Jut, dann gucken wir mal hier noch rauf. Ich glaube eben, ich habe vorher übersehen, dass da oben noch ein kleiner Wink war von diesem Zeugs hier. Und das hat da irgendwo da rauf gezeigt, aber das kann ich nicht so sehen. Jetzt kann ich das aufmachen hier. Gut, wir können die Quelle erreichen, aber Vorsicht. Ich weiß nicht, was dort auf uns wartet. Oh. Tatsächlich aufgemacht. Was ist passiert? Ich habe versucht, das Tor zu erklimmen. Da drüben ist das Laufen. Nein, das ist schon was anderes. Das holen wir uns auch noch. Da drüben ist noch ein Kiefer. Oh. Mares? Ich weiß nicht, wasy ich Michelin Consider hat. Der drüben ist geheimer. Sie settings sich fest maintain. Unser Feind ist fast abhoben. Zerschmetter ihn! Oh, jetzt macht er noch die Ruhe auf mit dem In-Kampf-Rennen, ey! Ich glaube, es soll nicht so schön sein. Wenn wir uns zu weit entfernen, würden wir unserem Feind die Gelegenheit sich zu erholen. Oh mein Gott, jetzt haben wir die Gelegenheit. Ich sehe das letzte Gelegenheit hier unter mir. Wir könnten später wiederkommen, aber unsere Gegner werden sich in der Zeit erholen. Haben wir jetzt den Endlichheit? Gut, wieder was. Da oben läuft noch was komisches rum. Da oben läuft noch was. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, wir gehen da raus Durch die Sumpfruinen Da sehen wir schon die große Treppe da vorne Das Dingerchen holen wir uns noch her Ein Vorhängeschloss Mal schauen, was uns da oben erwartet Das Sumpfdorf Glaubst du, dass die Menschen aus dem Sumpf ursprünglich hier gelebt haben? Einige mit Sicherheit Hier lebten Gelehrte des Bodens und der Pflanzen Ich wurde um große Macht gebeten Ich war das Gotteswesen der Freiheit Und so gab ich ihnen die Essenzsteine Doch sie konnten nicht mit ihnen umgehen Okay, alle Artare sind zerstört Wir sind hier an einem ganz äußeren Punkt Bei diesen komischen Gebinden hier Ich bin hier an einem ganz äußeren Punkt Ich bin hier an einem ganz äußeren Punkt Aber ich bin hier an einem ganz äußeren Punkt Was ist das? Das ist ja wohl schon so durcht, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da oben kommt der Irrlose unter. Gehen wir mal zurück hier. Wir haben ja zum Glück einen Amboss hier.